Jetzt sapsten wir unseren Honig, machen wir ganz auf. Jetzt kannst du hier sehen, wieviel Gramm. Siehst du, noch ein bisschen weniger, dauert es länger, schau mal. Und jetzt kannst du hier gucken, wieviel Gramm es sind. Es kommen 500 Gramm da hinein. Ja, jetzt sind es 440 und es läuft wunderbar. Das wird jetzt dein Glas Honig. Das wird dir ganz allein. Jetzt sind es 517, jetzt ist es ein bisschen drüber. Das macht aber nichts. Dafür hast du dann ein bisschen mehr zum Schlitten. Schau mal, da kommt jetzt ein Deckel drauf und ein Etikett. Dankeschön. Schau mal, das schrauben wir jetzt hier zu. Da kommt ein Glas drauf. Schau, und dieses Etikett wird jetzt praktisch vom deutschen Imkerbund hier so draufgeklebt. Siehst du das? Und dann hast du dein Honigglas. Ist das nicht toll? Morgen zum Frühstück gibst du deinen eigenen Honig. Und wie heißt du? Paul. Paul, komm, Pauls Honigglas. Ja? Gratuliere dir. Ja. 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 Ja.